Willkommen in Potters Bluff So, hallo und herzlich willkommen zu einem Video bei Potters Bluff Reviews Ich wünsche euch einen schönen Ostern, einen schönen Ostersonntag, wenn ihr das hier seht Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut mal die letzten drei Videos Ich habe euch schöne 4K-St-Books vorgestellt zu Coolhand Luke, der unbrechsame Babylon und der Malteser Falken Auch genannt die Spur des Falken Heute geht es endlich zur Auflösung zu meinen Filmen Lips & Tipps & Christmas Carol Dreimal kann dieser Film heute gewonnen werden Und ich möchte schon mal jetzt allen danken, die mitgemacht haben Das war wirklich toll von euch Ich hoffe ihr gewinnt, ich habe hier alle ausgeschnitten Und in meinen Creepshow-Class versammelt Die werden wir gleich zusammen auslosen Es gibt diesen Film dreimal zu gewinnen Inklusive der Mappe Und ich unterschreibe natürlich und werde die Gewinner hier Jetzt auslosen Und dann könnt ihr euch gerne bei mir melden Auf Instagram oder Facebook Findet ihr die Dinger hier auf Die Dinger Die Links und so findet ihr natürlich auf meinem Kanal Oder schreibt unten drunter eure E-Mail oder sowas Und dann kann ich euch auch schreiben Kontaktiert mich einfach, wenn ihr gezogen werdet Okay, wie gesagt Es geht hier um diese tolle Blu-Ray mit den zwei Filmen dabei Ähm, genau Ich würde sagen, wir losen erstmal aus und dann schauen wir mal weiter Okay, so Erstmal wird hier schön gemixt Ihr seht, hier sind alle dabei Dann machen wir das Ganze mal auf So Ich habe es Oldschool gemacht Ausgedruckt und quasi Ist auch leer jetzt, ne? Seht ihr? Ausgelost und quasi Jetzt hier in diese Dann mischen wir das nochmal ein bisschen So Man kann das alles irgendwie ein bisschen sehen hier Okay, dann schauen wir mal Ich mache meine Augen zu Und nehme jetzt erstmal den ersten Habe ich hier Habe ich hier Und zwar ist es Der liebe Falco Ich hoffe, man kann das lesen Falco, du hast eine Blu-Ray gewonnen Mit der Mappe hier von Lips & Tipps Äh, und Christmas Carol mit Unterschrift Bitte kontaktier mich Schreib mich hier unten an und ich melde mich bei dir Und du kriegst das zugeschickt kostenfrei Und ich werde auch für dich unterschreiben, wenn du das magst So, der erste ist Falco Jetzt wischen wir das Ganze nochmal ein bisschen rum Ich finde das Ein bisschen schöner, als wenn man das mit diesen Generator macht, finde ich, weil Erstmal so ein bisschen mehr Was zu sehen, ne? Und es ist physisch Wie unsere Medien Okay, dann mache ich wieder meine Augen zu Brrrrrr Schwebe über den Namen Nehme ich den hier? Oder den? Ich weiß es nicht Ich nehme jetzt einfach mal Den hier Okay, was haben wir hier? Trommelwirbel Hier haben wir den Movie Buddy Movie Buddy, du hast die zweite Blu-Ray gewonnen Auch du hier Gewinnst das hier mit Unterschrift Mit der Mappe Und beiden Filmen auf Blu-Ray an Bord In toller HD-Qualität In 5.1 Surround Sound Ja, melde dich bei mir Schreib mir unter den Kommentaren Und wir werden uns einig Ich schicke dir den Film zu Natürlich kostenfrei Wie auch an Falco Okay, so Dritte und letzte Möglichkeit zu gewinnen Seid aber nicht traurig Wenn ihr jetzt nicht dabei seid Ich mische nochmal hier ordentlich So Dann verteilen wir das Ganze mal wieder Ich greife jetzt einfach mal so in den Wust rein Würde ich sagen, oder? Ist glaube ich am fährsten So, einfach hier rein Schätzen Augen zu Okay Ich bin mal rumgeflogen Ich habe hier einen erwischt Und das ist Der liebe Matthias Schlemann Matthias Schlemann Du hast die dritte Blu-Ray gewonnen hier Melde dich auch du bei mir Facebook, Instagram, wie du das möchtest Oder einfach in den Kommentaren hier Oder kannst du mir auch eine E-Mail schreiben Die findest du auf meinem Kanal Die findet ihr auch Die anderen gibt es auf meinem Kanal Bei dem Impressum hinten Findet ihr meine E-Mail Könnt ihr mich gerne anschreiben Du bekommst auch Eine Blu-Ray mit beiden Filmen Unterschrieben Und mit Mappe Das war es zur Verlosung Allen anderen tut mir leid Ihr habt leider verloren Oder nicht gewonnen Aber vielleicht mache ich in Zukunft nochmal so eine Verlosung Weil wie gesagt Ich produziere die ja selbst Deswegen kann ich das auch gerne nochmal machen Für euch Vielleicht zu Halloween Allen anderen Seid bitte nicht traurig Dass ihr den Film nicht gewonnen habt Ellipsen Tipps ist immer noch Bei Amazon erhältlich Findet ihr unten in der Beschreibung Ihr könnt die Filme weiterhin Bei mir bestellen Unter der eingeblendeten E-Mail Adresse Und Und Alle Links Findet ihr auch unten drunter Ihr könnt die Blu-Ray Bei mir bestellen Ihr könnt ihn auf Leipzig Tipps bei Amazon gucken Und das Sorglos-Paket Will ihr bestellen Wie gesagt Die normale Blu-Ray 15 Euro mit Versand Und Unterschrift Wenn ihr die Mappe noch dazu haben wollt Wäre es 20 Euro An allen Gewinnern Und zwar Martin Schemann Movie Buddy Und Falco Herzlichen Glückwunsch Und an alle anderen Ich wünsche euch Wunderbare Ostern Es kommen bald wieder tolle Videos Und Ja Habt ein schönes Leben Geht ins Kino Und macht's gut Ciao